Hey Freunde, damit kommen wir zum Season Woche 4 Auftrag, Besuche Tankstellen in einem Schlachtenboss. Wie ihr hier auf der Karte seht, haben wir hier einen Haufen Tankstellen. Ich zeige euch einmal kurz die Route, die ich dazu genommen habe. Dazu bewege ich mich hier einfach zu Send-Up Station, denn direkt hinter der großen Halle haben wir einen Schlachtenboss stehen. So, wie gesagt, haben wir hier direkt hinter der großen Halle den Schlachtenboss, da sehen wir den auch schon. Da landen wir dann auch direkt und steigen sofort ein, da hier immer einen Haufen Leute mit landen. So, und dann fahren wir auch schon los. Fahren wir hier einfach geradeaus runter bis zur Straße, dann fahren wir links runter in Richtung Rocky Reels. Denn da vorne, direkt vor Rocky Reels, haben wir dann die erste Tankstelle. Sobald wir dann hier sind, haben wir eins von drei. Dann halten wir uns einfach hier rechts, fahren hier an Rocky Reels vorbei, immer geradeaus. So, wenn wir dann immer geradeaus fahren, kommen wir hier direkt zur zentralen Tankstelle. Damit haben wir zwei von drei. Und von hier aus fahren wir jetzt in Richtung Tilted Towers. Dazu fahren wir hier einfach geradeaus bis zur Kreuzung hier, halten uns dann hier links. Fahren dann immer weiter bis wir in Tilted Towers ankommen. Sobald wir dann hier in Tilted Towers sind, müssen wir uns hier links halten. Dazu müssen wir hier einmal geradeaus vorbei und dann hier über den Berg fahren wir hier einfach hoch. So, und dann haben wir hier unten auch schon die Tankstelle. So, wie ihr seht, haben wir drei von drei und damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao! Ciao!